Also meine letzten Videos haben auch nicht gefreut, darum habe ich gedacht, jetzt spiele ich über 16 und zeige euch, was ich so auf Anstoß bin und dann wieder so drauf habe. Das ist meine Schwester, die habe ich nicht im Bett. Jonas kommt. Ja, Jonas kommt. Sie ist nicht auf jeden Fall. Das ist mein Freund. Wenn die zusammenstehen. Ich kann es vergessen. Heute habe ich zusammen. Ja, du. Ich bin voll. Tschüss. Tschüss. Und das wurde. Bis zum nächsten Mal. Entschuldigung, dauert ein bisschen mit der Einstellung. Okay, jetzt müsste es passen. Ah! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Und dann müssen wir jetzt die Kamera verstellen. Wieso? Nee, das geht schon. Ich kann doch alles schon weiterspielen. Aber sonst ist es schwach. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Das ist zwar vieler drin. Wie viele Spiele spielst du heute? Eins oder zwei. Den können wir dann wieder spielen? Kommt doch vor wie spät ist es. Okay, jetzt müssen wir die Affen nach oben. Ah nein, die Affen. Okay. Gut, du kannst dann den Boden... Genau, wenn ich so jetzt... Jetzt! Jetzt geht weiter raus. Das Wasser Das können wir jetzt nicht machen. Dach, die hier, okay. Küßen? Wie schön, oder? Mö. Ja!